Ihr habt auch ein Durchschnitts-IQ von einem Toast-Brot, ey. Willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin Garrys Mods Geburtstagsflasche. Ich war noch eins. 15. Viel Spaß heute noch. Ich bin fast tot. Es ist... Oh, ja. Es ist Robin. 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 Ich hab auch noch nicht Robin. Ich hab auch noch nicht Robin. Ich hab auch noch einen Toast-IQ von einem Toast-Brot, ey. Ihr habt auch einen Durchschnitts-IQ von einem Toast-Brot, ey. Also eins, Thomas. Sag nichts gegen Mr. Toast. Sag nichts gegen Mr. Toast. Genau, ist nicht so, Alter. Ich beleidige, bin ich... Auf. Alter, C4. Ihr war gerade C4. Mann, ich bin fast tot. Ich glaube, ich nenne die Folge IQ von Toast-Brot. Von Robin am Anfang der Runde mit einer Schottengarnia. Alter, verfalls mich nicht. Jens, verfalls mich nicht eins. Junge. Alter. Ich werde ja nur sterben. Ich werde ja nur sterben. Alter. Ich werde ja auch von dem Traitor angeschossen. Ich werde ja auch von dem Traitor angeschossen. Das hat aber niemand gesehen. Das hätte ich jetzt auch sagen können, dass ich vom Traitor angeschossen würde. Er hat... Er hat Robin KOS gesetzt. Ja, warum? Ja, weil Robin Traitor war auch nicht am Anfang der Runde abgeknallt hat. Ja, warum meint er wieder das Leben? Ähm... Du kannst auch Schaden kriegen, ohne dass Robin auf dich schießt. Hey, hier war C4. Ja, aber wieso sollte er seinen Traitor kollegen KOS setzen? Wieso sollte er seinen Traitor kollegen KOS setzen? Wieso sollte er seinen Traitor kollegen KOS setzen? Kommst du mal bitte hin zum Turm, Goffner? Zum Turm? Alter, Junge! Ja, zum Turm bitte, Goffner! Alter! Was war alles? Ja, okay. Versuchst ihr euch hier mit Munition zu Propkill? Ähm... Dieter? Ich hab besser mal ein Auge auf Goffner. Also ich... Alter, ich bin fast tot! Ich bin hinter dir! Ich bin hinter dir! Komm her! 7 HP! Alter! Und jetzt mit'n Ducksprung da rüberspringen! Mit'n Ducksprung da rüberspringen! Und jetzt abknallen, doll! Wat? Wer schmeißt denn mich hier denn Sachen ab? Sehr nett, danke schön! Kein Problem! Hier ist Döchen! Au! Ich glaub Mr. Toast ist es! Mr. Toast! Wer hat das Dickel weggeworfen? Mr. Jens Rotos! Ich bin der Leiche! Ich schick die Leiche drunter und blebs dann hoch! Mr. Jens Rotos! Das ist doch nicht verboten! Ich glaub, wenn ich frage für den hielt's, sehe ich niemand auch zu sagen. Okay! Ich kann mal nicht schaden! Ich kenn die auch nicht schaden! Er hat den Schwein! Er hat den Schwein! Alter hat der Schwein gehabt! Wer den Zaun werfen kann, das geht aber leider nicht! Wer hat den Schwein? Ich hab ein Schwein! Ja, ich hab auch damit! Sonst gibt's Ärger! Ich bin bei Toast! Hat Wer denn hier ist der? Mika! 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 Ich kann die nicht schmeißen! Hat Wer denn hier ist der? Mika! Mika! Mika ist! Wo ist er denn? Der fitt den Turm! Da ist der lang! Wo? Ach da! Wo ist er denn? jetzt geht's auf einer skala von 1 bis ob wir jetzt eine andere hat ein messer gehabt er hat mit einer der heute mit der messer sofort zu mir kommen ja wo bist du mir das ich bin in den deutschen da wo ist die station da steht stopp hier du nimmst das messer und wirft mit dem habe ich kann ihn nicht schmeißen alle von der hilfe ich mir alle von der hilfe welchen weg hier haben wir ihn wenn ich nicht so schön rechtlich ja ich glaube ich bin der so da von knur über den herrn zu werfen wo ist die station ist er schon noch 7 hp ich würde von der incident sie erschlungen wie viele leute sind bei dem collection gar keine aufzuschießen was das war eine ziemlich kurze folge ich habe auch keine lust zu cutten denn ich habe nicht viel zeit ich würde mich auf eine bewertung freuen mit noch sonstiges bitte liken, kommentieren, weiter empfehlen dann tschüss tschüss